Und damit hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und heute freut mich eigentlich schon ziemlich doll auf die Java Sea Kampagne von Carriers at War oder Complete Collection Carriers at War. Aber ich habe so ein bisschen Respekt vor dem Spiel. Ich habe die letzten Tage ein wenig geübt. Wir hatten ja beim letzten Mal bei der Einführung schon darüber gesprochen, dass es weniger ein Spiel ist, was man gewinnen oder unbedingt verlieren kann, sondern mehr ein Spiel, was das Ausprobieren von unterschiedlichen Szenarien fördern soll, glaube ich. Also so ein bisschen das Ausprobieren, die Sandbox vom Wargaming bringen soll. Das finde ich ziemlich spannend und interessant. Nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich beim letzten Mal ja auch schon gesagt, überlegt da ja schon relativ logisch ranzugehen, jetzt nicht einfach wilde Sachen auszuprobieren. Das kann man am Ende mal machen. Am Anfang möchte ich das eher weniger machen. Was ich aber euch zeigen möchte, also irgendwie so richtig fit bin ich immer noch nicht, ist die Karte, die in der Box war. Da habe ich das letzte Mal irgendwie gar nicht dran gedacht. Ich hatte ja noch gedacht, wäre ja schön eine Karte zu haben hier. Und hier ist er auch schon. Okay, den Scrollbahn nehme ich euch mal weg, den müsst ihr nicht sehen. So, zack. Und ja, Karte ist da, alles super. Leider finde ich, und die ist hier ja relativ groß. Ich habe das Foto. Ihr seht ja, die Auflösung der Karte ist nicht so klein und die ist relativ klein und eng. Ich habe ja leider das Original sozusagen nicht. Ich weiß nicht, ob die Karten da größer ausgedruckt sind, aber hier ist ungefähr auf einem, naja, DIN A4 sind ungefähr vier Stück drauf. Also es ist schon ein bisschen klein, aber ich versuche mal, wir versuchen mal hier mit dem, was wir haben, weiterzuarbeiten. Das ist so die Originalauflösung. Ihr seht hier, ich bin immer noch erkältet irgendwie. Darum hat das auch am Mittwoch nicht geklappt. Egal. Helfrich, das sind die, also auf der rechten Seite sind sozusagen die Alliierten und auf der linken Seite sind die Achsenmächte. Die Taskforce 123 und wir haben halt nur eine Taskforce. Ich habe mich ja für Dorman das letzte Mal entschieden und ihr habt gesehen, das habe ich gerade nicht, weil ich das einfach nochmal neu ausgewählt habe. Aber ich finde... Sorry. Alexander, das musste dann alles rausschneiden. Das ist ein Insider, weil er sagt das immer. Normalerweise ist er derjenige, der immer hustet und immer sagt, mitnehmen. Sie sagt, oh, selber, das musste alles rausschneiden dann. Ich finde es relativ schwer zu erkennen. Hier sind... Ich will... Das sind die Basen hier, glaube ich, oder? Und das... Singapur, das sind die japanisch besetzten Basen? Wie total schwer zu lesen, oder? Geht mir das nur so. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall auf die Karte geguckt und relativ lange überlegt, ob ich euch die überhaupt zeigen soll. Aber ich finde, gehört ja auch zum Handbuch dazu. Dann sollte man da auch mal reingucken, weil ich habe das Gefühl, so richtig viel bringt mir diese Karte nicht. Ich sehe hier zum Beispiel nicht, wo Taskforce 1 ist. Oder wo Task... Na gut, dass man nicht in Echtzeit sieht, wo die ist. Ist klar. Aber ich dachte wenigstens, dass man weiß, wo sie startet oder so. Aber irgendwie nicht. Ich glaube, das ist dann wirklich nur dazu da, diese Karten nicht um wirklich zu helfen. Weil diese Karte bekomme ich ja auch gleich nochmal. Das ist die Karte in Game. Man sieht hier ja oben Dawn und Dusk. Also Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten. Und das ist die In-Game-Karte. Also die sehe ich ja gleich. Brauche ich die eigentlich nicht. Und ich habe auch hier die Ortschaften sehe ich auch. Oder die Basen sehe ich auch. Die sind natürlich jetzt dann nicht mit Text versehen. Das gibt es nicht. Und ich glaube, das ist halt wirklich nur dazu da, um mir dann, wenn ich das Spiel vor mir habe und dir überlege, okay, welches Szenario will ich spielen? Dann kann ich hier kurz reingucken und sehe, welche unterschiedlichen Taskforces gibt es. Und eventuell kann ich dann halt, wenn ich den historischen Hintergrund habe, daraus schon schließen, was ich gerne spielen möchte oder nicht. Dann schalte ich jetzt mal wieder zum Spiel um. Wenn ihr euch fragt, hoppla, das sieht ja irgendwie ganz komisch aus hier. Da ist so wenig schwarz, da sind so wenig schwarze Balken dran. Ich habe inzwischen die DOSBox-Version gewechselt und bin jetzt bei dem DOSBox-X-Fork. Fork-X. Irgendwie so. Einfach nur, ja, um was aktuelleres mal zu haben und auszuprobieren. Bin relativ zufrieden bis jetzt damit, zumal es auch den, das hatte ich ja vorher, das ging ja bei der ECE irgendwie nicht, zumindest in einer Version, die ich hatte und ich habe danach irgendwie vergessen zu abzudaten, den Pixel-Perfect-Modus, den Pixel-Perfect-Scale-Mode. Und den habe ich hier jetzt aktiviert. Schauen wir mal. Pixel-Perfect-Open-GL-Scale-Mode. So, der ging nicht. Der geht jetzt hier wieder und das ist dieser. Das Spiel hat scheinbar eine interessante Auflösung. Ja, muss ich so ein bisschen zurechtziehen, aber jetzt passt es. Das heißt, vorher war das irgendwie nicht wirklich Pixel-Perfect, was richtig ist, weil ich ja nie Pixel-Perfect, aber trotzdem stimmte das Seitenverhältnis. Es ist nicht, was irgendwie komisch ist, weil ich schon DOSBox gesagt habe, es sollte das Seitenverhältnis korrekt skalieren. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, mir scheint das jetzt hier irgendwie besser zu passen. Ich weiß es auch nicht. Es ist auf jeden Fall kein 4 zu 3. Ich frage mich deswegen, ob ich im Spiel selbst dann früher oben und unten Balken hatte. Ich weiß es nicht. Oder ob es irgendwie seitlich, ob es interlaced war. Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Ihr seht es hier in zwei ein bisschen voller. So, wir wollten die Dormen Group nehmen. Wir hatten ja in den War Room schon gesprochen, dass das letzte Mal das lassen war. 1994 bis 1996. So. Und ihr seht, das ist genau die Karte, die halt eben ausgedruckt zu sehen war. Oder das Foto, was ich ausgedruckt habe. Das Foto, was ich von der ausgedruckten Karte des digitalen Bildes gemacht habe. Ganz komisch, ne? Naja. Jedenfalls seht ihr hier die Basen halt auch nur. Die Namen fehlen halt. Also... Ah, weiß ich jetzt auch irgendwie nicht. Okay. Ich habe zwar geübt, aber ich fühle mich noch super unsicher, was das Spiel angeht. Super unsicher. Und das werden wir jetzt gemeinsam wegspielen. Irgendwie so. Als erstes gucken wir mal, was wir überhaupt für eine Carrier Group haben oder was wir überhaupt haben. Ich könnte natürlich hier drauf gucken. Und das ist so ein bisschen für mich so ein bisschen gecheatet. Weil hier sehe ich ja... Ich mache es einfach mal so hier. Basen. Hier sehe ich auch die gegnerischen Basen. Und weiß ich nicht. Das Menü, dieses Übersichtsmenü möchte ich nicht benutzen, weil das fühlt sich irgendwie gecheatet an. Ich hatte ja in dem Intro-Video versucht, dieses Tutorial durchzuspielen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen. So, schauen wir mal. Also, wir haben... Die sind alle in Port... Nee, Moment. Also, die sind Port... Leider ist der Port nicht. Das müsste... Wenn ich es jetzt lesen könnte... Aber... Es hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich nehme mal meine Brille ab. Ich muss meine Brille abnehmen, um das zu lesen. Nein. Ich brauche keine Gleitsicht. Ach, das kann man einfach nicht lesen. Okay, das ist so komisch gedruckt. Keine Ahnung. Ganz komisches Wort. Jedenfalls passt das überein. Searchplanes fliegen nur nach Nordosten. Okay. Wie ist denn der Status? So. Und das Problem, was ich leider bei diesem Spiel habe, ist, dass ich diese Grafiken so wunderschön finde. Diese handgepixelten Grafiken. Und ich oftmals dann hier einfach so sitze und hier so durchklicke und wie unterschiedlichen Seitenansichten angucke. Exeter, Perth, Java, die Reuter, leichte Kreuzer, ein schwerer Kreuzer, die Houston. Ich kann hier umschalten und sehe dann die technischen Daten. Ich bin mir aber nicht so sicher, was gewisse Sachen davon halten. Okay, also. Es gibt acht Zoll-Geschütze. Und, oder, hm. Ich weiß nicht so richtig, wie ich das lesen soll. Und leider ist das auch im Handbuch. Zumindest habe ich es noch nicht gefunden, so richtig erklärt. Und acht schwere Luftabwehr. Sind das doppelt Geschütze? Also gibt es vier? Kann man das auf dem Bild irgendwie erkennen? Eins, zwei, drei. Vielleicht zwei Dreier und ein Zweier oder so. Ich habe keine Ahnung. Und AA sehen wir hier vier und wahrscheinlich auf der anderen Seite auch nochmal vier. Vulnerability, Damage Control und Fire Control. Ich glaube, das ist einfach so eine Art Fähigkeitswert, der beschreibt, wie, ja, vier Feuerkontrolle und dann würfelt man im Endeffekt dagegen, ne? Also es ist sozusagen so ein Grenzwert, so ein Schwellwert, den man überwürfeln muss oder unterwürfeln muss, um dann halt das positive oder negative Ergebnis zu bekommen. Vermute ich mal. Ja, und das kann man hier durchklicken. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das Wichtigste für uns ist erstmal grundsätzlich die Geschwindigkeit, ne? Und ich meine, da ist man mit 30 Knoten bzw. 32 Knoten schon ganz gut dabei. Was wir hier sehen aber, machen wir hier Page Down. Es ist kein Träger dabei. Das heißt, es ist keine Carrier Strike Group. Dann haben wir hier ABDA 2. Das hatte ich doch letztes Mal vorgelesen. Ich habe es, ich weiß die Abkürzung nicht mehr. Australien, British, Danish, keine Ahnung. Also ich, ich hatte es ja vorgelesen. Ich habe es vergessen. Und das sind die unterschiedlichen Kräfte. Wahrscheinlich gibt es hier gar keinen Carrier. Also nicht, dass ich wüsste, glaube ich. Ich dachte vielleicht einen Support Carrier oder so, aber weiß ich gar nicht. Die kenne ich alle gar nicht. Ach doch, die Langley. Ach, die Langley ist hier. Okay. Also im Prinzip schon ein Support Carrier, glaube ich. Ich meine, das ist ja ein Frachter, der umgebaut wurde oder so. Okay, und das ist der Begleitschutz. Okay. Was ich schade finde, ist, wenn ich jetzt hier, ich gehe hier doch mal rein, und gucke mal auf unserer Seite, Ships, und dann gucken wir mal bei der Langley. Ah, schade. Ich dachte, also bei manchen gibt es ein bisschen mehr Text dazu, zu den Schiffen. Genau. Die wurde versenkt. Okay. Nee, hier gibt es dann nicht mehr Text dazu. Und hier ist es dann noch ein bisschen, aber Moment, 8 bis 6. 8 mal 6 Zoll Geschütze? Keine Ahnung. Vielleicht wird das in dem Teil vom Handbuch erklärt, was zu dem Editor gehört. Da habe ich nämlich noch nicht reingeguckt. Das sollte ich vielleicht zum nächsten Mal mal machen. Ja. Jedenfalls finde ich es schade, dass das auf der anderen Seite halt nicht so detailliert ist, oder man das nicht dazu schalten kann. Aber, naja, nitpickig. So, und ihr seht, wir haben wirklich nur die Langley. Da ist jetzt nicht viel. Schauen wir noch mal. Ach, ist das nicht ein schönes Bild? Ist das nicht toll gepixelt? Ah, ich habe aus Neugier einfach nur mal in das Verzeichnis geguckt. Und es gibt irgendwie 480 Bilder für Schiffe und 230 Bilder oder so für Flugzeuge. Für die Flugzeuge gibt es wahrscheinlich mehrere und für Schiffe gibt es wahrscheinlich auch mehrere Bilder. Aber alleine hier die Warhawk sieht doch schon toll aus. So, ähm, 32 gibt es. 32 Warhawks hat die. Das war's. Interessant. Okay. Ähm, gehen wir hier mal raus. Gehen hier noch mal rein und gucken noch mal. Okay, die Warum habe ich keine Search Plane bei der Langley? Weil ich die noch nicht zugeteilt habe. Kann das sein? Ah, das hatten wir auch noch nicht besprochen. Das hier ist sozusagen die Surface Attack Ansicht. Ähm, das sind hier unsere Einheiten und hier unten die feindlichen Einheiten und man sieht dann sozusagen, wie die sich beschießen und dann gibt es auch, ne? Okay, also nochmal zurück. Ähm, habe ich das hier gemacht? Hm, ihr seht, ich habe geübt, es gibt so viele Untermenüs und Menüs der Menüs, die hier. Hier mache ich das. Combat Air Patrol. Mach ich erst mal sechs. Mach ich erst mal sechs. Ne, das brauchen wir alles nicht. So. Okay. Das heißt, ich habe jetzt sechs Flugzeuge, die im Combat Air Patrol sind. Jetzt müsste ich hier doch, äh, nein, hier und dann lenken, vielleicht, vielleicht muss erst Zeit vergehen, bis ich das, bis ich die Search Planes einstellen kann. Okay. Hm. Finde ich, finde ich komisch. Okay. Hier haben wir welche, aber nur, okay, es gibt eins, deswegen macht es Sinn, das irgendwie auf, auf eine Richtung zu beschränken, ne? So, der Träger ist da unten. Können wir eigentlich ein bisschen näher hier ranziehen, ne? Movement. 15 Knoten. Ah, okay. Er will nach Chilat. Moment, ich muss meine Brille abnehmen. Ach, das ist hier. Ah, da ist ja auch ein gelber Kreis. Okay, nee, dann ist das okay. Den lassen wir da hinziehen. Der ist sowieso im Port und die sind sowieso auch im Hafen. Dann würde ich jetzt einfach, einfach der Einfachheit halber mal sagen, wir lassen das erstmal weiterlaufen. Ja, Break Combat auf jeden Fall und wir machen auch erstmal Update. Ne, hm, also, die Zeit kann ich hier über Control laufen lassen, wie ich mag. 5 Minuten, eine Stunde oder einfach so weit laufen lassen oder bis zu gewissen Zeitpunkten laufen lassen. Dieses Unterplay, die Break Conditions, die brechen dann diese Berechnung ab. Und das ist Air Warning, das heißt, wenn wir feindliche Lufteinheiten gesehen haben, gibt es eine Unterbrechung, also wird dieses Weiterlaufen angehalten. Wenn es eine neue Task Group gibt, wenn die Task Group geupdatet wird, das heißt, eine neue Task Group gibt es immer dann, wenn die gesichtet wird. Meistens passiert das halt durch Flieger, wenn diese Flieger die sichten und die sehen natürlich nicht alles hundertprozentig. Das heißt, immer wenn es ein Update gibt, ah, ist doch ein Zerstörer mehr oder jetzt war unter der Wolke doch noch irgendwas, was ich gesehen habe, dann hält das Spiel an. Nehme ich mal raus. Das nehme ich mal raus. Und Break Combat ist natürlich, dass es im Kampf anhält. Okay. Dann lassen wir es erstmal erstmal laufen. Und ich lasse das Ganze, das habe ich letztes Mal nicht gemacht, mit 3000 Cycles laufen. Das heißt, ihr seht schon, die Geschwindigkeit geht im Moment schneller. Jetzt hat es ein bisschen länger gedauert. So, jetzt ist Dawn. Das heißt, jetzt ist es vom Blau nach Grau. geworden oben rechts die Zeit. Dusk, nicht Dawn. Das heißt, jetzt wird es dunkel. Das heißt, die Sichtverhältnisse sind jetzt noch schlechter. Und ihr seht, die Langley macht sich jetzt langsam auf den Weg. Ich frage mich, ob ich den, ob die Ports auch Airplanes haben. Dann kann ich hier sagen, Break. Dann hält er an. Dann gehe ich hier, äh, hier drauf. Ich habe keine Kontrolle über die Ports. Oder? Nee. Habe ich glaube ich nicht. Ich sehe hier nur die, die Task Groups. Hm, wir gucken mal hier. genau. Das war, das ist die hier, glaube ich. So, so, Badger. Und wir sehen Planes. Reichlich Catalinas. Ich denke, die werden dann ausgeschickt. Das können wir sehen, indem wir hier, Display. Okay. Wir können nur unsere Search Plains sehen. Schade. Normalerweise, ich dachte man sieht alles Search Plains. Oder aber die anderen sind noch nicht unterwegs. Das kann natürlich auch sein, dass die nachts nicht fliegen. Ist das so? Hm. Ah, hier kann ich noch mal das Szenario Breathing sehen. Das ist ein anderes Briefing. Das hatten wir das letzte Mal gar nicht. Oder? There are two distinct battles here. In the west the Japanese have more ships and the landbases are closer. With the transports with your land, hit the transports with your land-based air and hope for the best. The east is a different kettle of fish. Both sides are weaker in air power than this and of java. Try to engage the transports. Failing that attack the cruisers Failing that attack the cruisers and go out in a blaze of glory. Okay. Ich hätte vielleicht alle Alliierten auch die, ähm, die Hilfrich-Flotte nehmen sollen. Da kann ich jetzt leider nicht. Ist egal. Wir machen das beim nächsten Mal. Wir werden das wahrscheinlich jetzt eh noch ein paar Mal machen. Wir machen das beim nächsten Mal nochmal. Ich versuche das jetzt mal mit der Taskforce. Die ist hier. Genau das ist die Ost-Taskforce gewesen. Dann werde ich dir jetzt Movement Orders geben. Und dann kann man hier so sagen, hier das rüber. Und dann sieht man unten rechts die Distanz. Finde ich ein bisschen schade, dass es, ich meine, nach der Zeit weiß man ungefähr, dass das 200 Seemeilen sind. aber um Distanzen abzuschätzen für Angriffe und so, wäre es halt nett gewesen, hätte man so ein Zeichen-Tool gehabt. Aber, ja, okay. Ist halt so. Ja, dann fahren wir mal hier hin. Patrouillieren wir mal hier. So, Fleet Speed 20 ist okay. Ach, das kann ich ja nicht, ne? Die habe ich? Doch. Hat das geklappt, wenn ich hier draufklappe? Doch, das klappt. Ah, okay. Dann kann ich wirklich da draufklicken. Okay. Dann patrouillieren wir hier auch mal so ein bisschen raus, ne? Äh, Moment. Heading. So. Dann. Okay, dann machen wir das wieder zu. Machen wir das auch wieder zu. Und das ist diese Alert Screen. Das heißt, ähm, Radarkontakt, glaube ich, das hier heißt Sichtkontakt zu einer Taskforce. Und das heißt, glaube ich, ähm, Aufklärungskontakt. Finden wir gleich noch raus. So genau war ich mir da nicht sicher. Lassen wir es mal laufen. Und ihr seht, ab und zu sind die halt schneller, die Runden. Ab und zu ein bisschen langsamer. Ich hatte ja, ich hab, muss ich zugeben, nicht in diesem Szenario trainiert, sondern in diesem Tutorial-Szenario, was wir beim letzten Mal gespielt haben. Und da sind ja noch mehr Einheiten irgendwie drin gewesen. Und die sind dann relativ langsam auch gewesen. Dann wird es schon mal, dann kann man schon mal einen Augenblick überlegen, äh, also einen Augenblick warten, bis dann fünf Minuten weiter sind. Aber, das finde ich trotzdem ganz interessant. 3000 Cycles sind das im Moment. So, wir haben noch keine Kontakte. Und diese Task Group, es ruckelt jetzt auch der Mauszeiger so ein bisschen, diese Task Group ist immer hier mit einem Flieger am Aufklären. Ähm, keine Ahnung, ob der das jetzt gerade wirklich macht. Ich kann ja mal breken. doch, jetzt, ja, jetzt sehe ich ein Search. Ach nee, hier unten sind auch noch welche. Hier unten sind noch Hudson's. Die sind nicht von mir. Ach, die haben eine Wahlrost da unten. Okay, die ist, äh, die, ach, ich weiß nicht, scheinbar gehört die da zu, zu der Taskforce. Da habe ich nicht aufgepasst. Aber es sind auf jeden Fall welche in der Luft. Was denn dann? Ach, damit kommt man hier immer wieder hin. Das ist ja praktisch. Okay, alte 4 Run ist jetzt nicht so praktisch. Okay. Hier unten das mit den Caps hat nicht geklappt. So, jetzt gibt es, gibt es einen Break. Dieses Flugzeug, hat ein Kontakt. Und, es gibt eine Sichtung, eine Oberflächensichtung. Die haben auch eine Sichtung, natürlich für unser Flugzeug und auf dem Radar. Vermutlich das Flugzeug auch auf dem Radar. Vermutlich, wir können jetzt hier reingehen und sagen Sightings. So, und da sehen wir, dass es zwei, vermutlich zwei Zerstörer sind. Hier ist, äh, keine Wolke zu sehen. Also ist die Sicht recht gut, aber es ist halt halb sieben morgens. Also es ist noch nicht hell. doch, es ist, die Sonne ist schon auf. Eigentlich sollte die Sonne schon aufgegangen sein. Und es ist, relativ klarer Himmel. Hm. Okay. Was ist das denn hier? Friendly Squadrons? Okay. Die fliegen 20 also ich Fortress 20 Fortress Also ich versuche mal, vermute mal an dem Bild zu erinnern, sind das B-17 Flying Fortress, wo man da nicht B-17 hingeschrieben hat. From Malang, wo ist denn Malang? Ich glaube, das ist hier unten. Ah, das sieht man hier auch, das ist in gelb. Ja, langsam, ne? Äh, ETA 10 Minuten, Bali Kapan. Ja, das ist hier oben. Die, die fliegen nach Bali Kapan. Was? Das hatte ich ja das letzte Mal erwähnt, in dem, äh, Destroyer Man Buch auch vorkommt. Das Buch habe ich übrigens zu Ende gelesen und habe es erst mal, habe den zweiten Teil nicht gekauft. Ähm, eigentlich finde ich es ganz interessant, aber das Buch endet halt so wirklich mittendrin. Das weiß ich nicht. Vielleicht will ich es unterstützen, vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, ja, mit D komme ich hier jetzt aber nicht raus. Okay, ich muss hier schon, schon so draufklicken. Oh, okay. Ja, das hilft irgendwie nicht. Okay, dann lasse ich mal weiterlaufen. Okay, zweite Sichtung. Gehen wir noch mal rein. Jetzt können wir nämlich noch mal gucken. Sightings, das ist jetzt besser geworden. Also es gibt auch noch drei Kreuzer und hier, hier sind sogar Träger dabei. Okay. Aus, aus wissenschaftlichen Testgründen stützen wir uns jetzt mal ins Getümmel. Movement. Ähm, kann ich hier schon Attack sagen? kann ich, äh, Surface. Ah, okay, ne, kann ich nicht. Okay, das sind, das sind die, die Dinge zu befehlen. Ähm, Enemy Task Group, die, 160, Capital Force of A-Chips. Ist ja easy. Done. So. Und die fliegen jetzt dahin. Ich würde jetzt gerne, ähm, nein, weil das ist zu lang. Ich könnte jetzt hier, ähm, Flugzeuge starten. Ich weiß nicht, nichts bringt, weil es ja keine Bomber sind. Ähm, da. Sorry. Ähm, die fliegen doch Cap. Die sind nämlich hier wieder, ähm, okay, okay, die fliegen doch Cap. Und die sind dispersed. Okay, ja. Und, zwei sind armed und gefueled sind weiter. Und vier sind gerade im Cap. Und das ist auch so, dass die Hälfte ungefähr fliegt und die andere Hälfte irgendwie am Boden ist und wartet. Im Wechsel. Okay. Ich hätte gerne noch mehr Infos zu den, zu den Fliegern. Äh, ich habe aber keine Ahnung, worauf ich da klicken muss, um da, da, da hin zu kommen. Das finden wir alles noch aus. So, nein, nein, falsch. Ich muss hier über die Task Groups gehen und das ist die Langley Task Group und der muss ich dann sagen, move. Die fliegen hier hin. Ah, 16, schneller geht es nicht. Okay, gut. Dann lassen wir das mal so laufen. Seht ihr jetzt hier oben? Sind die anderen, die wir eben entdeckt haben, auch los? Hier gibt es den ersten Kontakt und das ist ja für diese Task Group auch ganz interessant. Ist hier rein. Achso, das, genau, das habe ich mir auch überlegt. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Man kann das ja dann wirklich Hot Seed spielen. Gemeinsam auch. Das heißt, Alexander, ich könnte mit Alexander zusammen ein Szenario an einem PC spielen. Das finde ich ziemlich cool. Man kann es aber auch gegeneinander spielen. Fairerweise muss man dann natürlich sagen, okay, dann gucke ich halt weg, während du deinen Zug machst oder gehe den, oder wenn man wirklich an einem PC sitzt, verlasse den Raum oder so. Da ist ein bisschen komplizierter, aber Koop ist auf jeden Fall easy. Das würde ich glaube ich gerne dann auch noch mal machen. So, Sightings. Jetzt möchte ich gerne, kann ich hier drauf klicken? Ja, das Sighting sehen. Oh, das ist auch keine gerade kleine Truppe, aber ich kann jetzt meiner Truppe hier sagen, dieser Truppe, nee, dieser Truppe, die hat ja noch den, 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 heading order, da kann ich jetzt sagen, enemy task group, nein, das müsste die dritte sein, sieht das, ja, die dritte, greift die an, probieren wir das mal aus, okay. Run. Die, ist, what, what, taucht auf und verschwindet wieder, ähm, vielleicht, ist das, ist das jetzt eine neue, hier die, ne, das ist die Dreier, die habe ich ja eben angegriffen, okay, da bin ich immer noch, das ist eine neue, das ist nur ein Träger, vermutlich, aber vermutlich ist das auch das einzige, was man aus der Entfernung sieht, also, ja, okay, gut, lassen wir mal weiterlaufen, so, das ist hier das Zeichen eigentlich, dass es einen Kontakt oder einen Kampf gibt, deswegen wird das hier unterbrochen, ich vermute, dass das hier ist, wie komme ich denn da hin, keine Ahnung, ich hoffe, das kommt jetzt, wenn ich einfach sage, mach weiter, ja, so, genau, das sind halt immer dann diese Züge, ich glaube, machen kann man da auch nicht wirklich, wirklich was, ich könnte jetzt, äh, die ist das, kann ich hier auf Surface geben, und dann kann ich halt hier sagen, Rear, open, flieh, maintain, close, ja, das, das sind halt die, die Orders, die ich da geben kann, von mir sind, von mir sind das irgendwie Formationsorders, oder, von dem Konvoi kann ich halt sagen, hau ab, ja, mehr Kontrolle hat man darüber nicht, wir schauen mal, wie sich das ausspielt, die rücken halt immer näher ran, vielleicht hätte ich da auch close sagen sollen, kann ich, im Moment, dann ändere ich das gerade nochmal, Rear, close, Rear, close, wir werden da richtig auf die Nase bekommen, das ist ja auch strategisch richtig, äh, historisch korrekt, so, drücken wir jetzt auch rein, weiter ran, ja, okay, ich finde das ganz, ganz, ganz nett gelöst, muss ich sagen, zumindest ist es besser, wie bei Task Force 42, oder auch bei Burning Steel, finde ich, weil hier ist es, ist das Gefecht halt schneller, da wird halt ausgewürfelt, okay, getroffen, oder nicht getroffen, und fertig, das ist nicht, 30 Schuss und 2 Treffen, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, warum die nicht zurückschießen, muss ich das hier irgendwie sagen, warum hat von euch keiner geschossen, ach, guckt mal hier, Fire Order, okay, 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 dann, wieder was gelernt, weil das habe ich, das, das passiert ja in dem anderen Szenario nicht, die, die Surface Battles, warum Japan immer zuerst darf, okay, die ist schon mal weg, das müssen, ah, jetzt haben wir geschossen, wir können uns gleich mal den Damage Report anschauen, weil es noch was über ist, das waren jetzt Torpedos, okay, die lösen sich auf nach dem Torpedos, so, dann schauen wir jetzt einmal, die sind das, Status, okay, sollte man das jetzt, den, den Status hier nicht sehen, die ist noch okay, ah, die ist, okay, sieht man, was ist jetzt der Schaden hier genau, ich glaube, das habe ich das letzte Mal im Tutorial vorgelesen, was das heißt, ich weiß es aber nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, okay, die ist auch, nee, die ist noch okay, die sind noch okay, und die blauen sind versenkt, ne, ja, okay, da muss ich dann auch nochmal zum nächsten Mal ins Handbuch gucken, verstehe, aber, das ist ja, Tradition bei mir, ich nehme euch mit beim Lernen, und das war mir auch wichtig, dass wir das, ah, das ist okay, das waren wir nicht, das waren die B17, damit wir das sehen, ich hätte jetzt wieder Befehle geben können, habe ich vergessen, also schießen die jetzt nicht zurück, das ist echt fatal, ja, okay, das, das muss man echt lernen, was ich, doch, sie schießen zurück, sie haben die Fire Orders behalten, okay, was ich sagen wollte ist, bei mir ist das, also für all diejenigen, die neu sind, gehört das dazu, ich nehme euch mit zum Lernen, ich versuche aber, und das habe ich ja hier auch gemacht, so ein bisschen schon mal zu üben, damit ich überhaupt eine Vorstellung davon habe, welcher Button wo ist, oder überhaupt, dass es den Button gibt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich, in der Regel, ist es nicht so, dass ich mich 20 Stunden hinsetze, und das Spielübe, um es euch dann perfekt vorzuführen, weil das ist nicht der Sinn von der Replay Reihe, okay, also das hat sich hier glaube ich gleich erledigt, da sind wir gleich, hat sich, hat sich ausgeballert, das hier sind wieder Luftangriffe, die auch nicht von uns sind, das sind die B-17, das ist jetzt die, die Surface Battle, Ist das eigentlich zu laut? Ich glaube ich mache das im Post gleich ein bisschen leiser, ist zu laut, oder? Kriegt ihr ja nicht mit, ist ja dann leiser. Okay. Ich wünschte irgendwie, dass Run wäre auf Enter, oder so. Okay. Das hier sind jetzt glaube ich, Feindliche. Das heißt, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, wenn die uns angreifen. Da können wir ja relativ wenig machen. Wir können auch relativ wenig mit dem Träger irgendwie machen, ne? Der wird übrigens jetzt auch angegriffen, wenn ich das richtig interpretiere. So, dann möchte ich jetzt hier, Träger, Emergency Cap ist das, oder? Emergency Cap. Alle. Alle in die Luft. Okay. Run. Zu spät? Vermutlich, oder? Alle Torpedos. Uh. Vorbei. Ist das nicht toll gezeichnet hier, mit den Wellen und den Torpedos? Ich finde das toll. Oh. Treffer. Dafür haben wir auch schon zwei, das sieht man hier oben, zwei abgeschossen, was jetzt nicht so wirklich gut ist. Die werden die Längel jetzt versenken, was ja historisch auch korrekt ist. Ich mache das nur, um es historisch korrekt zu machen, das wisst ihr ja. Okay, hier werden jetzt zwar auch die, die, ähm, Torpedobomber angezeigt, aber das sind einfach nur Bomber. Das sieht man hier leider nicht. Ähm, man kann es nur hier oben, Dive Bomb, Welles. Ein Hit. Hier kommt jetzt nochmal, kommen unsere Jäger noch dazu? Glaube ich, oder? Heißt das das Symbol? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Was nochmal ein Torpedo? Vorbei. So, jetzt möchte ich hier aber nochmal gucken. Ja, die werden, ach, die sind nicht gefühlt, das hätte ich früher, da war ich wirklich zu langsam, da war ich zu langsam, als ich die roten Flieger gesehen habe, aber da wäre es wahrscheinlich auch schon zu spät gewesen. Ich verstehe nicht, warum ich nur, warum die im, im Cap hier nicht rumgeflogen sind. Also, ich, kann das ja auch hier irgendwie nicht, Moment, kann das hier ja auch nicht einschalten. Null Searchplanes. Hm. Weiß ich nicht, ob ich da noch hätte irgendwas anders machen müssen? Die brennt, ja, okay. Mhm. Das ist also sozusagen der Schaden einfach, ne, halb beschädigt. Eine versenkt, okay. Lass uns mal weiterlaufen. Okay, das ist jetzt die zweite Runde. beim ersten Mal nicht alle Ordonanzen abgeworfen. Wenn ja kleinere Schiffe sind, dann sieht das so ein bisschen so aus, als wäre der Torpedo davor oder dahinter, dann passt das ein bisschen besser, aber hier sieht es ja so aus, das ist, Naja, aber, finde ich nicht schlimm. Oh, da haben wir ein paar abgeschossen. Ah, ich glaube nicht diese Runde, das war letzte schon. Oh, die trifft. Das konnte man sehen, weil da oben Hit 1 stand oder Hits 1. Der trifft auch. Ah, nee, die haben nur einen Hit, das ist für die, aber die Animationen gibt es mehrfach für jede. Interessant. Okay. Ich glaube zum Capcoms gar nicht mehr. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier Play mache, kann ich das? Zwei Hits. Selbst die Dive Bomber haben zwei Hits. Ah, ich kann das immer überspringen, indem ich hier klicke. Ah, okay, jetzt sehe ich das. Ein Hit, ja. Ein Hit. Ja, jetzt nehmen sie sich die Zerstörer vor. Kann ich jetzt, wenn ich hier sage, Combat Graphics aus, was passiert dann? dann sehe ich nur das. Und hier, ah, okay. Und wenn ich die Details ausmachen würde, dann würde ich das auch nicht sehen. Hm, okay, verstehe. Ja, das finde ich, finde ich okay, weil später würde mich das dann glaube ich auch nerven, wenn ich die Animationen die ganze Zeit mir angucken müsste. aber so ist das okay. So, schauen wir noch einmal. Der Träger ist schon weg. die eine versucht noch zu landen und zwei sind noch in der Luft. Ähm, gab es nicht irgendwo Combat Statistics oder so? Okay. Zwei Schiffe haben die verloren, sieben Flugzeuge. Minus 88 Victory Points. Ups. Combat Pause? Ne, hm. Ne. Okay, ich lasse das jetzt nochmal laufen. Ich glaube, zu der Task Force da oben kommen wir gar nicht mehr. Es wird hier noch bombardiert. Landangriff glaube ich. Ich glaube, wir können das an dieser Stelle abbrechen. Ich finde, ich habe schon viel gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch einen ganz guten Eindruck bekommen und natürlich werden wir das das nächste Mal nochmal versuchen. Mir ist klar, dass das vielleicht nicht das einfachste Startszenario war. Ich meine, das habe ich auch hoffentlich in der letzten Folge schon gesagt. Aber es ist auf jeden Fall ein Szenario, was ich interessant fand. und wo man nicht so viele Einheiten hat, weil ich schnell überfordert bin von irgendwie 50 verschiedenen Einheiten, denen ich irgendwelche Befehle geben muss. Wenn ich bei der 30. angekommen bin, habe ich schon vergessen, was ich der ersten Einheit für einen Befehl eigentlich geben wollte. Das Gefühl habe ich hier nicht. Ich meine, so viele gibt es hier auch nicht. Es gibt hier nur 8 Task Groups. Task Forces und 8 Task Groups, glaube ich. Ah, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, so viele Einheiten gibt es ja nicht, was ich ganz sympathisch finde. Aber in diesem Szenario gibt es noch weniger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht konnte ich euch so ein bisschen, bei euch so ein bisschen das Interesse daran wecken. Also es ist, ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Aber man muss im Hinterkopf behalten, dass es sich wirklich sehr, sehr stark wie ein Boardgame anfühlt. Also wirklich wie so ein Wargame, was man mit Freunden spielen kann. Ich finde es trotzdem ziemlich spannend gemacht. Ich finde es sehr schön gemacht. Ein bisschen was so an Sound, weiß ich nicht, wenn so Alarmsignale oder so. Es ist ja wirklich dann nur so das Schießen. Es gibt eigentlich nur Kampf-Sound, so Button-Bestätigungen und so gibt es leider, leider nicht. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber naja, Meckern auf hohem Niveau, wie ich finde. Ich bin im Moment noch ziemlich begeistert von dem Spiel und freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ich hoffe ihr auch und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.